ziel und die plämer noch mit dem holen alle löschen russkanz raus von ich komme angeschossen ich tanke ach nee halt ich tanke warte dort jetzt natürlich erwarte ich tanke ich tanke auch neu irgendwas wollte ich jetzt in der folge ansprechen ich hab's aber jetzt gerade wieder vergessen wegen dem wochenend was du heute gemacht hattest wolltest du mir in dem lauf egal ja auch das bildet mir das wollte ich noch das diesmal also ne was wollte ich jetzt gerade noch sagen was wir nachfolge diskutieren ja das ist schon wieder so lange her in port neben dem politischen werte anerletzt spiel neues spiel auch ich hätte nur in den spiel spiel zähle ich dir aber später was zu könnte man machen muss man nicht kann man machen muss man aber nicht kennst du das von den Losers die haben so ein Ballspiel gehabt im Internet wo die dann wo man so andere Bälle auf oder so Punkte aufressen muss man wird größer ach so Agaglio ja genau davon gibt es einen Abklatsch mit Würmern das hat das gleiche Spiel macht man äh gibt es jetzt mit Würmern also man muss ganz andere Würmer essen und so und man wird auch größer also vor allem ist ja irgendwie sowas ja ja das hat der Sachsen letztes vor einer Woche oder so gezeigt das könnte man auch mal testweise mal aus nach Mutter für Funktionen ich muss unbedingt gleich in die Werkstatt dann ja wir sind eh gleich da ja ja ich hab's gerade auch gesehen ich hab noch 44 Kilometer welchen Ablagerort hast du? äh ich habe Wolberg auch aus der Schönheit gleiche Stadt ist ja 1a du lasst uns erst einmal im Zurück zur Werkstatt fahren kannst ja schon einmal dir den Weg aussuchen aber warte dann eben auf mich weil sonst ist das... ach jetzt weiß ich wieder was äh was ich sagen wollte Maurice ist was aufgefallen mit der äh FPS der Folgen die man von Moria und ähm von Moritz auf YouTube begutachten kann meine Videos kann man nur in 750p äh 720p 720p gucken und Maurice seine kann man in 1080p gucken ähm diese Folgen werden erstmal auch noch im 720er p-modus kommen kann sein dass ich am Wochenende mag oder jetzt hier äh aktuell am letzten Wochenende oder irgendwann Anfang nächster Woche mal so testweise Folgen hochladen werde die wird dann keine Ahnung 3 Minuten oder so lang sein in die ich in verschiedenen Videogrößen mal kodieren werde ob es daran liegt ähm nur mal so für alle YouTuber und auch für alle Leute die unsere Videos gucken beziehungsweise auch für Maurice nicht dass ihr euch wundert dass keine Ahnung am Tag 50 Videos kommen nur weil ich äh und dann die auf einmal wieder weg sind das ist nicht nur daran da ich wahrscheinlich mal mal testen werde ob es irgendwo dran liegt ähm Maurice bist du jetzt abgefahren ja ah ja da bist du wieder äh dann lass uns erst abladen weil ich sehe aktuell kein Zinnung mehr das hätte ich gesagt wenn jetzt irgendwas in der Nähe ist dass wir dann da hinfußen dann lass uns erst abladen dann zur Werkstatt ähm von der Werkstatt da der Haar einmal kurz gucken von wo oder wie oder wie wir dann weiterfahren genau so hatte ich mir das gedacht so hatte ich mir das gedacht in Reno war ich auch noch nicht jedenfalls ist hier noch alles braun bei mir ja bei mir auch noch grau was wie man diese Farbe auch nennen mag grau wenn nennen es einfach ja ähm ja hier im Buch rein oh hier ja ich sehe es gerade Moment äh ich weiß ich könnte äh was ist äh ein k äh äh die 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 mit es muss wie es eigentlich in der Schuhe Prozent 6 Aja so Fetter wir mal der Karre rein so 889 Kilometer Sturzendorf Abweichwort genommen war fast der 44 wenn du bist du eigentlich irgendwas um die 600 und Tieter das gebe ich auch zu Tieter mit den 440 hat auch geschieht ATS-Stunden hast du noch mehr weißt du das nach rechts ich bin ich dämlich warte löse Trailer dann lass uns mal kurz auf dem Map gucken wo hier in der Nähe eine Werkstatt ist in der Reno sieht schwierig aus mit Werkstatt oder siehst du eine ATS ach ne da ist einig sehr ich hab ich hab ich hab markiert wir können fahren 13 Kilometer ah ich sehs ich fahr ganz Zeit ich fahr du vor ich hab mir jetzt keinen Wegpunkt gesetzt Co k es ist die zerverein qua und kennt Great führte Prozent heißt noch bei Prozent L.S. L.S. 13 dieser eine Map ist der dieses dieses diese Soundarte ja weil sich diese Beute da sie angucken konnte das war episch was auch da ich ja doch ich weiß gar nicht noch welche Map das war das war so eine XXL Map die ja ich weiß welchen mich für befekt hat der Name davon nicht das war für sich kurz jetzt da war für alle gesucht geht zu fahren eine Lekt das war noch Zeit Prozent 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 er hätte es für die die das war war richtig cool ja so war das dabei war auch nicht da muss ich ehrlich gesagt nur sagen da war weil Sascha wieder was zu meckern hat er hat mal eben nicht mehr nicht lange ja also ich fand ihn aber auch gut ich hatte da keine Probleme mit doch ich glaub ich weiß auch was das Problem war ah fuck ich zuck grad ein Ohr ah und zwar wenn man in eine Richtung geguckt hat das übelst geleckt wenn man auf Harrys Hof damals war auf diesem großen ähm wenn man in eine Richtung geguckt hat dann hat das übelst geleckt war das nicht die Frankenland? ne ach das ist der verkehrte scheiße ich wollte auch grad sagen das ist der LKW Händler ja ich würd grad sagen willst du mich denn hier hinführen? ja das ist daneben waa wuuuum wuum eeeeeet wuum 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 wuuuum wuum wuum nach Beckersfield und nach Karlsport so ganz Barstow hast du nicht Barstow dann lass uns nach dem Stopp da hat er auch die Brüche wieder ich war das an der Rückkehr genommen ich hätte gleichzeitig die Kilometer musste und da ich auch wieder gleiche Stadt das ist schön heute und läuft ja richtig richtig episch nach der nächsten letzte Woche haben wir ja keine Ahnung erst mal eine halbe Stunde gefahren ewig gebraucht alleine geht auch schon über 130 durch Reno er wird die Schuhe breite ich gleich an nur so zu tun ja das ist doch egal er ist jetzt eh zu spät also egal ich könnte ja noch so biepen oder auf einmal so Bumdur liegen oder so hat Harry eigentlich noch zu der er er hat er hat noch Kontakt zu Stefan und Sascha Also ich habe letztens mal gefragt oder er hatte mir gesagt, dass der wohl, ja vor allem so gehe ich nicht in die Karre, der irgendwie auch unterwegs war, was ist jetzt genau weiß ich nicht, ATS, ETS, ich weiß es nicht. Wo ist er mal gewesen und von daher, irgendwie hat er mal Tari was da gehabt oder irgendwie, er war nicht mal gezeigt, er hat ja mal irgendwas davon mal für nie mal gesagt, ich weiß ja auch nicht mehr, was ist genau, aber ich habe auch deren Nummern aktuell nicht mehr, ich habe die wohl noch. Ich habe die nicht, aber wir haben sogar das gleiche, das ist ja normal, ja wir haben das gleiche. Stehst du mir im Weg? Ja ich fahr da schon, keine Sorge. Und jetzt kann ich nur nicht runterfahren, wo er ruft, sonst ist es auch gleich ein Boom. Fährst du wieder vor? Würde sagen, naja jetzt fährst du mal vor. Gut, kann ich rollen? Ja. Wie viel Tonnen? 20. Ja. Du auch? Ja. Gut. Trotzdem bist du schneller. Weißt du, weil ich bin ja 25 PS mehr. Equals. 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 Deswegen habe ich doch das gute Shit mit mir auch gekauft. Nur das Beste. Ja. Für den Besten, nur das Beste. Ja ja, genau. Ja. 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 Weil ich quere gerade zur Häste im dritten Jahr hier, den LKW, geil. Ja, aber du spätestens hier wieder runterschalten musst. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, das ist der Final Countdown. von europa oder so habe ich hier oben als hießen die band ja gleich mal nach der folge ja ich schaue mir liegen da gucke ich mir kicker ergebnisse ich bin auch eine fehlende stunde in der bundesliga jenisse bisher freund mich so bis doch letztlich bleibt ihr klebt aktuell auf dem fünften platz fest oder drei punkte vor nein scheiße ich mache auch noch vor ich nehme alles zurück ist alles scheiße vielleicht schafft es ja noch bei frankfurt noch mal jetzt wirst du noch mal tor zu schießen glaube ich zwar nicht weil die gut so gut wie es geht fast in der zweiten liga sind hannover oder sagen wir mal vorne und noch vor hannover ja jetzt habe ich noch okay wo ich seit wochenend ist auch schon wieder 12 ah ich merks gestern Abend war ja nicht schlecht ich habe ja einige aus der Schule von simon und karim stopp 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 und das war es dann wieder mit dieser folge ATS 2 ach ATS 2 Multiflame ein Daumen wäre natürlich schön und wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis dann tschau